Hallo, herzlich willkommen auf der Podcademy Island der TÜV Rheinland Akademie. Wie immer geht es auch heute um einen der Jobs der Zukunft und deine Chance auf dem Weiterbildungsmarkt. Entweder für dich oder für dein Unternehmen. Mit vielen Insights und interessanten Fakten direkt aus der Zentralbibliothek der Weiterbildung, der TÜV Rheinland Akademie. Heute, meine lieben Wissbegierigen, werden wir mal richtig Meter bei den Jobs von morgen. Und damit meine ich keine fancy neue Social-Media-Plattform. Ich meine das in der guten alten Bedeutung. Denn wir gehen mal eine Stufe höher. Wir transzendieren unsere Bedeutungsebene und machen dich zum Star. Meter spezielle Weiterbildung für deine berufliche Zukunft, sondern viel, viel mehr. Heute geht es nämlich darum, wie du höchstpersönlich zum Experten und Trainer werden kannst. Und dann vielleicht eines schönen Tages auch bei mir hier auf der Insel dein Wissen zum Besten gibst. Klingt spannend, oder? Also gehen wir mal direkt all in. Die Podcademy Island zeigt dir normalerweise, wie du mit einer ganz konkreten Weiterbildung dein Unternehmen und deine Karriere nach vorne bringen kannst. Und wie es der Zufall so will, haben wir zu diesen spannenden Themen nicht nur einen Experten oder eine Expertin im Studio. Wir haben diese konkrete Weiterbildung eigentlich auch immer im Programm der TÜV Rheinland Akademie. Wenn du dich jetzt hart gespoilert fühlst, mach dir keine Sorgen, das ist so gewollt. Uns geht es tatsächlich darum, dir das jeweilige Thema in unserem Podcast näher zu bringen und nicht den dazugehörigen Kurs zu bewerben. So, zu diesem Umstand gehört aber auch die Tatsache, dass wir Jahr für Jahr mehr als 15.000 Veranstaltungen in 72 Themenbereichen absolvieren und dafür über 2.500 qualifizierte Trainer und Trainerinnen brauchen. Und genau da kommst du jetzt ins Spiel. Denn ein Experte für Daten- oder Arbeitsschutz oder eine Expertin für Nachhaltigkeit oder aber ein guter Trainer für das Thema Compliance, die wachsen leider nicht auf Bäumen. Und leider ist es uns auch noch nicht gelungen, eine gute Backmischung für unsere Dozenten und Experten zu entwickeln. Für uns heißt das, wir wollen mal kräftig an der beliebten Awareness-Schraube drehen und eine ganze Folge Podcademy darauf verballern, dich für dieses heiße Thema zu begeistern. Denn vielleicht weißt du noch gar nicht, dass in dir ein Dozent schlummert und du schon alle Qualifikationen dafür zusammen hast. Vielleicht als zweites Standbein oder als ganz neues Karrieresprungbrett, weil du schon immer Lehrer oder Lehrerin werden wolltest, aber den Mief im Lehrerzimmer immer doof fandest und Lehrer eigentlich auch. Egal, jetzt ist dein Moment. Und damit wir auch richtig gut ins Thema kommen, haben wir unsere Expertin für Experten im Podcademy-Studio, die liebe Eva Krupinski vom Trainermanagement der TÜV Rheinland Akademie. Hallo Eva, schön, dass du es auf meine kleine Insel geschafft hast. Ja, hallo Rieke, danke für deine Einladung. Ja, nur sicher. Ich dachte so, unter Palmen lebt es sich gut. Da magst du vielleicht mal vorbeikommen. Eva, es geht ja heute im Prinzip darum, dass wir die Leute dafür begeistern wollen, Trainer bei der TÜV Rheinland Akademie zu werden. Nun ist es ja so, TÜV Rheinland ist den meisten Leuten auf jeden Fall ein Begriff. Die TÜV Rheinland Akademie vielleicht noch nicht. Deswegen mach uns doch mal ein bisschen Appetit auf das Thema hier. Genau, da sagst du was komplett Richtiges. Wenn man von der TÜV Rheinland Akademie spricht, dann ist das den meisten nicht sofort geläufig, aber uns gibt es tatsächlich schon seit über 50 Jahren. Nicht schlecht. Und genau, deswegen vielleicht hier nochmal an der Stelle auch, dass wir auch einen sehr großen Themenbereich eben abdecken, was man vielleicht auch nicht so bedenkt. Wir haben fast über 130 Themen, die wir eben mit unseren Trainern dann alle abdecken möchten. Und ja, so ist das bei uns alles so ein bisschen aufgebaut. Das heißt im Prinzip, wenn ich an die TÜV Rheinland Akademie denke, dann dreht sich alles um das Weiterbildungsthema. Richtig, oder? Genau, Weiterbildung, Erwachsenenbildung, das sind eigentlich eben so unsere Hauptthemen, die wir vertreten. Und das machen wir natürlich auch auf die unterschiedlichsten Art und Weisen und versuchen da unsere Teilnehmer auch immer wieder neu zu inspirieren. Sei es jetzt über VC, also Virtual Classroom, was wir anbieten oder E-Learnings. Aber natürlich haben wir auch unsere guten alten Trainingscenter oder eben Seminarzentren und da wird natürlich alles in Präsenz noch abgehalten. Ah, okay. Das heißt aber, es ist jetzt nicht automatisch so, wenn ich eine Schulung bei der TÜV Rheinland Akademie buche. Das heißt, ich fahre dahin und absolviere das da, sondern es gibt eben auch noch andere, ja, unterschiedliche Formate wie eben so ein Online-Training oder ähnliches. Genau, so wie du es jetzt schon sagst. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Da sind wir natürlich auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nach den Themenfeldern gerichtet. Also das heißt, es gibt natürlich Themen, wo du einfach nicht im VC das alles nachstellen kannst. Sei es jetzt Elektrotechnik, wo du vielleicht einfach mal was in der Praxis halt eben zeigen musst. Oder ja, dann hat man vielleicht mal ein Datenschutzthema. Das kann man natürlich super über VC abbilden. Aber das ist eigentlich halt eben sehr umfangreich. Deswegen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie du als Teilnehmer halt eben bei uns teilnehmen kannst und als Trainer natürlich, was jetzt hier auch der Hauptfaktor ist, eben für uns ja tätig werden kannst. Okay, das heißt, das ist genau der Punkt, wo wir heute, sage ich mal, die Werbetrommel für rühren wollen. Nämlich nicht für ein spezielles Seminar, sondern zu dem Thema, dass man eben bei uns auch Trainer sein kann. Und darum geht es halt heute im Prinzip. Und worüber reden wir denn genau, wenn wir über diese Trainersuche an der Stelle sprechen? Das ist jetzt ja wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft, sondern auch irgendwie ganz normale alltägliche Bereiche. Kann man das irgendwie aufteilen? Gibt es irgendwelche Themen, die speziell gesucht werden? Also es ist so, wie ich das ja eben schon kurz gesagt habe. Also wir haben halt eben diese 130 Themen und da gibt es tatsächlich von A bis Z alles Mögliche. Sei es jetzt jemand, der Elektrotechnik macht, sei es jemand, der Möbelfachkraft zum Beispiel macht oder auch einfach mal jemand, der Wundmanagement oder Wundversorgung macht. Also das sind alles solche Themen, wo wir eben Trainer suchen. Sei es jetzt Freiberufler, die eigentlich primär für uns tätig sind. Aber es besteht auch eigentlich immer die Möglichkeit, für uns eben in Festanstellungen als Trainer tätig zu werden. Aber das ist halt immer, ja, ich sage mal, genau, das ist situationsabhängig und einfach auf die Stelle eben oder auf das Thema bezogen. Also das kann man so pauschal immer schlecht sagen. Das heißt, also es geht darum, dass man eben für eins dieser ganzen vielen Themen, sage ich mal, die angeboten werden. Theoretisch braucht er wahrscheinlich in jedem Bereich, denke ich mal, Trainer. Aber entweder festangestellt oder als Freiberufler, richtig? Genau. Okay. Und wie, also kann man, kann ich mir irgendwie einen Überblick über die Themen nochmal verschaffen? Kann ich da irgendwie nochmal einen Blick drauf werfen? Gibt es da eine Möglichkeit? Also wenn du dich natürlich ganz speziell für bestimmte Themen interessierst oder auch einfach gerne mal einen Überblick davon haben möchtest, was wir eigentlich alles anbieten, dann haben wir unseren großen Webshop. Dort sind alle Themen nochmal hinterlegt. Also wie gesagt, da kannst du dich komplett nochmal durchschnüffeln sozusagen und mal schauen, was für dich vielleicht interessant ist, wo du dich selber als Experte eben siehst. Und ja, also da ist eigentlich alles hinterlegt und da kann man sich eigentlich nochmal einen guten Überblick verschaffen, was wir eigentlich alles anbieten. Okay, verstehe. Und was brauche ich genau, wenn ich Trainer werden will? Also kann man das irgendwie zusammenfassen und sagen, du brauchst Qualifizierung A bis Z oder wie ist das? Also generell ist es so, es ist sehr, sehr schwer, irgendwie eine pauschale Antwort darauf zu geben, weil ja, ich sag mal, jeder Lebenslauf sieht natürlich anders aus. Jeder hat vielleicht eine andere Erfahrung. Deswegen Qualifikationen sind natürlich immer vom Vorteil und auch nicht unwichtig. Aber generell sollte das jetzt nicht irgendwie abschreckend sein, dass man sagt, deswegen kann ich mich jetzt nicht bewerben, weil ich vielleicht die und die Qualifikation nicht habe. Also klar, erstmal so als Grundlage solltest du immer affin sein, ja, Leuten etwas beizubringen oder generell Spaß an der Kommunikation mit anderen Menschen zu haben. Das ist natürlich, ich sag mal, die Grundlage für all dessen. Sollte schon ein Mensch ein Mensch sein. Genau, genau. Aber ich meine, was bringt uns die größte Fachexpertise, wenn du es halt einfach nicht rüberbringen kannst und die Teilnehmer sich einfach irgendwie nicht abgeholt fühlen. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß nicht, ich fühle mich auch nicht sonderlich jetzt bewandert irgendwie auf der, ja, ich sag mal, auf dieser Ebene der Lehrtätigkeit an sich, gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, bei uns entsprechende Weiterbildungen zu machen, um das dann nochmal zu fördern. Also das bieten wir auch, weil das ist auch kein Problem. Da kann man sich auch immer gerne mal umschauen. Also wenn man sich da vielleicht noch nicht so richtig sicher fühlt, gibt es auch da immer nochmal eine Möglichkeit, das da nochmal ein bisschen nachzujustieren. Okay, aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich schon so, ich muss da jetzt kein Pädagogikstudium, Lehramtsstudium oder sowas, sag ich mal, absolviert haben, sondern wenn ich als freiberuflicher Trainer arbeiten möchte, ist es wichtig, dass ich einfach, ja, Leuten Wissen halt vermitteln kann und jetzt nicht eine Person bin, die zwar ein krasses Fachwissen hat, aber wo dann so teilweise eben auch die didaktischen Fähigkeiten, sag ich mal, fehlen. Also ich habe es vorhin so gesagt, du bist kein Mensch, Mensch, aber es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, boah, ich habe zwar super viel Wissen, aber erklären kann ich es jetzt nicht. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so gut. Genau, das ist entsprechend das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Es sollen halt auf jeden Fall Trainer sein, die eben Spaß an dieser Wissensvermittlung haben und was uns natürlich auch sehr wichtig ist und was auch eine Grundlage eben darstellt, ist, dass du aus der Praxis kommst und halt diese Praxis auch vermitteln kannst. Also das ist natürlich auch das A und O. Da freuen sich die Teilnehmer immer drüber, wenn die halt auch wirklich was Handfestes haben, womit die arbeiten können und womit der Trainer entsprechend halt auch eben sein Wissen vermitteln kann und darstellen kann. Das ist natürlich immer viel bildhafter und ja, bietet mehr Potenzial, das Wissen halt eben dann auch so entsprechend zu verstehen und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, aus der Praxis für die Praxis. Ja, das ist, im Marketing sagt man ja immer, dass der Trust-Faktor, aber wenn mir jemand erzählt, der eben das auch jeden Tag macht, dass ich das so und so machen muss, damit es funktioniert, dann glaube ich dem das natürlich auch eher, als wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nur auf irgendeiner komplett rein theoretischen Basis. Also darauf möchtest du ja wahrscheinlich auch hinaus oder das ist euch ja auch wahrscheinlich wichtig bei der Trainersuche, dass das eben Leute sind, die das nicht irgendwie aus einem Lehrbuchenthema gelernt haben und es dann einfach so weitergeben, sondern jemand, der in diesem Bereich arbeitet und sagt, Mensch, ich mache meinen Job jeden Tag, das ist super, aber ich hätte gern noch ein zweites Standbein dazu oder so. Genau, also vielleicht ist da auch so ein ganz gutes Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal einen Elektriker, der seinen Meister gemacht hat, der vielleicht in einem großen Unternehmen tätig ist und selber vielleicht dort auch die Stelle eines Ausbilders irgendwie innehat, ist natürlich für uns auch sehr interessant, weil der die didaktischen Fähigkeiten irgendwo ja schon vermittelt hat beispielsweise, genau. Aber eben auch die Fachkenntnisse und diese Praxis halt auch eben mitbringt. Und dadurch, dass der ja auch eben ins Unternehmen irgendwie so eingebunden ist und seine Anstellung, kommt er vielleicht gar nicht auf die Idee, dass man da noch irgendwie, ich sag mal, eben so wie du das jetzt auch gesagt hast, ein zweites Standbein darauf aufbauen könnte und das vielleicht eben mit uns zusammen anhand eines Trainings anderen Leuten vermitteln zu können, außerhalb seiner Vollzeitstelle beispielsweise. Ja, das ist echt eigentlich auch nochmal ein guter Hinweis, dass man da auch mal so an sich selber, sag ich mal, oder über sich selber nachdenkt. Habe ich nicht tatsächlich vielleicht eh in meinem beruflichen Alltag Leuten schon mal was beigebracht und zum Beispiel die Azubis angelernt? Dann wäre das natürlich auch ein Punkt, wo man sagen könnte, mach das doch noch auf einer anderen Ebene. Sehr spannend auf jeden Fall. Dadurch, dass wir heute so ein bisschen so eine Spezialfolge haben, geht es ja nicht um die eine Weiterbildung und die Frage, ist das ein Job von morgen, sondern eben um diese Trainertätigkeit. Kannst du das vielleicht auch mal so einordnen? Ist das ein Job mit Zukunftsperspektive? So kann ich ja definitiv mit Ja beantworten. Einmal dahingehend, dass man den Stichpunkt Fachkräftemangel einfach hat. Also wir sehen ja einfach, dass es viel zu wenige Menschen gibt, die, ich sag mal, ganz normale Berufe eben ausüben. Ja, die Luft wird dünn, ne? Genau. Und wir brauchen natürlich dann entsprechend die Trainer, die für große Unternehmen oder einfach auch nur einzelne Personen halt eben schulen, um halt eben diesen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und allein dahingehend ist das natürlich schon ein Job mit Zukunft. Aber auch generell der ganze Arbeitsmarkt, der sich natürlich auch immer wieder wandelt und die Digitalisierung, die fortschreitet, das sind ja alles solche Sachen, die irgendwie da mit reinspielen. Und ja, solange man immer bereit ist, sich auch tatsächlich selber immer auf dem aktuellen Stand zu halten, weiterzubilden, ist das auf jeden Fall ein Job oder halt eben eine Perspektive, die so auch für die Zukunft wichtig ist. Ja, also ich denke, dass man sich selber weiterbildet, ist fast schon gesetzt, wenn man auch als Trainer arbeiten möchte oder als Trainerin. Das ist natürlich super wichtig. Aber ich glaube, viele Leute überlegen ja immer, was kann ich noch machen? Wo kommt jetzt irgendwie der nächste Schritt, auch in meinem Job? Und vielleicht, wenn man eigentlich einen Job hat, der einem auch wirklich gut gefällt, aber trotzdem noch eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung sucht, ist es ja wirklich auch irgendwie eine coole Sache, wenn man sagt, hey, ich mache das einfach nebenberuflich noch. Auf jeden Fall, ja. Und kann da mein Wissen irgendwie noch weiter vermitteln, sage ich mal. Das finde ich super cool, zumal ich mich da auch gerne an mein eigenes Studium zurückerinnere, weil die Dozenten, die wir hatten, die wirklich dann so Gastbeiträge gehalten haben und die mir nicht stundenlang erzählt haben, was im Lehrbuch steht, sondern die gesagt haben, hey, ich arbeite da und da, ich kenne die und die Situation und ihr könnt euch jetzt schon darauf einstellen, das wird so und so laufen und ihr müsst an das und das denken. Das sind die Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Und genau das ist ja das, was wir auch suchen, so eine Person. Personen. Personen, ja. Das sagt so vielmals was Richtiges. Und ich meine, je nachdem, wo man natürlich auch gerade im Leben steht oder vielleicht auch, wo man gerade mit der Karriere eben hingehen will, ist es vielleicht auch nochmal eine schöne Erweiterung. Und ich denke, es ist auch immer nicht schlecht, vielleicht zu sagen zu können oder in den Lebenslauf schreiben zu können, dass man ein Trainer bei der TÜV Freihandelsakademie ist. Ja, absolut. Wir sind ja auch irgendwo ein, ja, ich sag mal ein großer Name und wir sind nicht unbekannt. Deswegen ist es je nachdem, wie man natürlich in der Zukunft halt eben weiter fortschreiten möchte, auch nochmal eine neue Perspektive, die sich vielleicht dahingehend auch dann für eine entwickeln kann. Und was man halt auch nicht vergessen darf, es ist für mich als freiberuflicher Trainer ja schon so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket, weil ich komme dann dorthin oder logge mich in einen Online-Virtual-Classroom ein. Aber hinter der TÜV Freihandelsakademie steckt ja auch ein großes Team, die diese Seminare koordinieren etc. Da muss ich mich ja überhaupt nicht drum kümmern. Ich muss im Prinzip nur meinen Inhalt transportieren. Genau, das ist auf jeden Fall eigentlich mit eines der wichtigsten Argumente, die man eben in der Zusammenarbeit mit uns findet, dass wir halt eben sagen, wir übernehmen für dich die ganze Veranstaltungsorga. Komm zu uns, wenn du halt eben auch, ich sag mal, die zeitliche Vakanz dazu hast. Das heißt, wir würden dich zum Beispiel anfragen für einen Termin. Du kannst uns sagen, ja, nein, habe ich Lust zu, habe ich keine Lust zu. Dafür bist du dann ja auch Freiberufler eben bei uns. Und wenn du halt eben dann einen Veranstaltungstermin zum Beispiel hast, dann kommst du vorbei. Wir sollten dann entsprechend halt eben alles vorher abstimmen. Aber sonst musst du nichts machen. Du musst den Kurs führen, das Seminar halt eben abhalten. Und das ist es halt auch eigentlich schon. Ja, deswegen, du sagst es, das ist irgendwie dieses Rundum-Sorglos-Paket. Und ich meine, wir haben ja auch noch unser schönes Marketing, was dann halt eben auch dafür zuständig ist, dass die Kurse entsprechend halt eben besetzt sind und und und. Also wir haben ja super viele Kollegen und ein riesiges Rad, was da irgendwie auch immer mit zusammenspielt. Deswegen würde ich auch sagen, also wenn man Lust hat, Trainer zu werden, sind wir gerade der richtige Ansprechpartner dafür. Ausrufezeichen. Wir kommen zu der Frage, die eine meiner Lieblingsfragen ist. Und ich hoffe ein bisschen, dass du sie mit Ja beantwortest. Meinst du, das wäre auch ein Job für mich? Ja, also genau. Da kann ich dir auch direkt die richtige Antwort geben. Du hast leider ein bisschen gezögert. Das war jetzt gar nicht dessen geschuldet, dass das nicht werden solltest oder nicht werden könntest. Nee, es ist tatsächlich so, ich würde dich jetzt auch da einfach so einschätzen, dass das zu dir passt. Also das ist natürlich auch, du musst natürlich selber wissen, bist du jemand, der gerne mit Menschen interagiert? Wenn du über dich sagen würdest, ja, ich habe auch die entsprechende Expertise und möchte mein Wissen auch weitervermitteln, dann ist das auf jeden Fall auch was für dich. Ja, also das sind eigentlich so, wie gesagt, wie wir das eben auch schon alles so umgerissen haben, die ganzen Faktoren, die mit da rein spielen. Und es ist auf jeden Fall halt eben wichtig, dass du von dem, was du eben halt auch vermittelst, überzeugt bist, dass du die richtige Expertise mitbringst. Und wenn du das alles kannst und machen möchtest, dann ist das auf jeden Fall auch was für dich. Ja, wo muss ich mich bewerben? Ich melde mich bei dir. Sehr gut, nein, auf jeden Fall. Wir packen auf jeden Fall den Link zu der Website, wo auch nochmal die ganzen Infos stehen, sowieso in die Shownotes. Aber wir kommen jetzt zum letzten Teil leider schon des heutigen Interviews. Und zwar, wenn du die letzten Folgen der Podcademy Island gehört hast, weißt du ja, dass wir am Ende immer nochmal 30 Sekunden Zeit haben, wo du nochmal alle Informationen raushauen kannst, die du nochmal platzieren möchtest. Wärst du bereit? Ja. Das war so richtig, so weiß ich nicht. Okay, warte, ich gebe dir auf jeden Fall die Zeit und den Countdown. So, hier, Stoppuhr. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Weiterbildung, Erwachsenenbildung, E-Learnings, VC, Karriereentwicklung, Gesundheitsmanagement, Wundversorgung, Gebäudetechnik, Umweltschutz, Umweltmanagement, Möbelfachkraft, Elektrotechnik, Lebenslanges Lernen und Praxis für die Praxis. Sehr gut. Das war aber sowas von auf den Punkt. Dein letztes Wort endete, als die 30 Sekunden um waren. Perfekt. Ja, besser kann das deinem Ding nicht laufen. Vielen, vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. Gerne. Und ja, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zum Thema Trainer werden bei der Freienland Akademie, dann schaut auf jeden Fall auf der Website vorbei. Den Link haben wir euch auf jeden Fall in die Shownotes gepackt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jetzt irgendeine Person, die da vielleicht zuhört, bald dann auch hier auf diesem Platz sitzt und ja, durch diese Folge bei uns Experte oder Expertin geworden ist. Und ja, dann freue ich mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören und ich würde sagen, bis bald. Tschüssi! Tschüss! Wenn dir die Plauderei über die Jobs von morgen gefallen hat, dann klick doch gleich mal eine dieser Folgen an. Oder du kommst direkt auf unsere YouTube-Playlist. Und ehrlich, lass doch mal ein Abo da. Es hilft uns wirklich mit dem Algorithmus und der Sichtbarkeit.